Künstler hole ich ein ganz klein bisschen aus und erzähle mal, wie alles begann. Also 150 Auftritte im Jahr, Touren durch Deutschland und Europa und damals, wie gesagt, ich rede von der Vergangenheit, hat er seine CDs selbst verkauft auf den Konzerten oder aber über seine Homepage. Mit dieser Vorgeschichte trat er dann vor zehn Jahren bei der Castingshow The Voice an und gewann mit seiner Eigenkomposition Simple Man, das wurde ein Riesenhit, ebenso wie auch Heart of Stone. Und seitdem begeistert er alle Musikfans mit seinem kraftvollen Blues, er hat eine wunderbare Soulstimme und Fans, wie gesagt, auf der ganzen Welt. Jetzt ist er mit neuem Album und Songs zurück, passend zum 100-jährigen Jubiläum des Radios in diesem Jahr. 23.10.1923 wurde das Radio erfunden, also 100 Jahre. Leave the Radio on. Ich freue mich sehr, dass er bei uns ist. Hier ist Andreas Kümmert. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018